Was ganz wichtig ist für Menschen mit Behinderungen, dass sie eine Aufgabe haben, eine Perspektive haben und ihre Ideen und Vorstellungen einbringen können. Ich mache das in der Medienwelt und wir leben tagtäglich die Inklusion. Mir fällt es überhaupt nicht auf, dass ich mit einem Menschen mit Behinderung zusammenarbeite, weil eben hier die Kompetenz wichtig ist und nicht die Behinderung und das ist eine Bereicherung jeden Tag. Also nicht nur die Post bringt allen was, sondern Inklusion bringt allen was. Den Menschen mit Behinderung, dem nicht behinderten Arbeitskollegen oder Kollegin und der Unternehmerin oder dem Unternehmer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017